Kennst du den Haschni, Hammer? Leute, man soll alles gut schreiben, ne? Haschni, Hammer, kommt. Ja, Schaf. Ja, Allah. Links, rechts. Das ist auch ein Problem. Hä? Du schlaffst immer auf dem... Immer. Ich hab heute so geschlafen, meine Hand ist zu dick. Ich hab dicke Hand geschlafen. Und du schlaffst immer... Das ist alleine ein Problem. Seit zwei Jahren nicht mehr. Du musst so schlafen. Nicht so. Weil es auch... Gibt's hier... Position, finde ich. Nein, nein. Gibt's auch viele Sehnen hier. Du schläfst auf dem Sehne, die Sehne geht taub. Äh... Keine mehr. Ich hab dir schon... ein Foto geschickt. Was... Ungefähr. Hast du bei mir geschickt? Ja. Siehst du... Diese Vene. Und diese Muskeln. Ja. Ja, hab ich dieses Foto gesehen. Das ist kein Problem. Das hat ein bisschen Riss. Ich hab dir schon am Telefon gezeigt. Kann man machen, Inshallah. 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 Auch kein Riss ist das, Inshallah. Ja. Sonst... Kann man viel helfen. Für zwei Jahre mach ich keinen Sport mehr. 2018. 2018 warst du so. Ja. Mal Por Ich mach ihn wieder heilen, inshallah. Mit Gesundheit. Allallah. Wir machen wieder Training. Das ist ein Wendome. Das ist ein Wendome. Was ist das? Das ist ein Wendome. Das ist ein Wendome. Das ist ein Wendome. Maschallah. Das ist ein Wendome. Das ist ein Wendome. In der Bismillahirrahmanirrahim. In der Nabi Salim. Ich bin Abu Sultan von Khashin, der Terapie. Ich bin Abu Sultan, Osmanische Terapie. Albana, Wendome, Kosovoare. Mohammed, Maschallah. Allahumma salli wa salli wa sallam. Al Sayyidin Mohammed. Die kriegen auch schöne Terapie von Abu Sultan. Osmane und Heidebree. Mach mal dein Handy weg, bitte. Und versuchen deine Uhr auch weg. Aber Sultan, hast du gemerkt, hier in der Schweiz gibt es sehr viele Mohammeds. Maschallah, Maschallah. Allahumma salli wa salli wa sallam. Al Sayyidin Mohammed. Das beste, was es gibt, ist schöner Name. Mohammed heißt bedankt mal. Von Allah, Mohammed. Wissen Sie sich nur auf das Problem? Das ist ein Problem. Was ist das Problem? Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Gut. gut. Auch hier Schmerzen auch? Nein. Keine Schmerzen, ne? Da und da auch nicht. Und da Schmerzen? Ich gucke jetzt nach dem Schmerzen, wie geht deine Hand. Sollen wir das testen? Aber mit Spaß kommt man jetzt, Inshallah geht hoch, Inshallah. Wenn Allah will, Inshallah. Mit Allah Hilfe, Inshallah geht hoch, Ja Rab. Versuchen wir jetzt, testen wieder deine Hand. Was sagt deine Hand? Bisschen besser. Bisschen besser heißt, Inshallah geht es gut, diese Hand. Inshallah, Ya Rab. Lass mich einmal testen, diese. Noch einmal diese testen. Gut. Bruder. Bruder, viel locker, tamam? Bismillah, Rahman, Rahim. Sagen, Ya Shafi, Ya Allah. Ya Shafi, Ya Allah. Bismillah, Rahman, Rahim. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Inshallah, diese Schulter geht noch besser. Inshallah. Lass mich erst einmal diese testen. Bismillah. Lass mich auch diese testen. Bismillah. Bitte sagen für den Leuten. Bitte sagen. Ja. Ich habe gerade gesagt, ich muss diese Vendome mit Allah Gesundheit heil machen, Inshallah. Inshallah. Der hat nur Sehnenprobleme. Schulter ist 100% heil. Nur Sehne. Feine Sehne, ein kleiner Riss. Ich glaube kein Riss. Das ist Abu Sultan Riss. Wir machen alles Gute, Inshallah. Inshallah. Abou Sultan bringt das alles. Allahu akbar. Das ist ein kleiner Riss. Das ist ein kleiner Riss. Das ging ja bis hier hin. 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 Jetzt kann es kommen weg. Ja, Abou Sultan. Jetzt kommt noch mehr. Noch mehr, jetzt kommt noch mehr. Bisschen. Bisschen. Bisschen schmerzen. Maschallah. Maschallah. Von esse. Bam. Terapie Abou Sultanien. Ja. Bismillah, Ya Shafi. Alhamdulillah, in Fضel, Rabbil Alameen. Ich bin fast. Sie Ich habe viel Erfahrung mit Schulta. Full Erfahrung mit Schulta. Full Erfahrung. Viele Treeke, viele Tische. Mit Schulta. Grosser Profi. Alhamdulillah, in Fضel, Rabbil Alameen. Nah Allah, Allah, Schekr. Ein Walid, Walid Meho heißt, auch Schulterproblem, zwei Jahre nicht rennen, der war so, eine Therapie wieder so war, der war ganz wieder weich. Hoffen wir bis, Inshallah. Inshallah, Inshallah. Mag ich wieder voll. Inshallah. Noch mal, locker, noch mal, locker, locker. Bismillah. Locker lassen, locker lassen. Bismillah. Was soll ich sagen, Leute? Mashallah, mashallah, was soll ich sagen? Wir geben Verweise davon. Direkt Kamera, direkt live, direkt alles. Das ist besser. Wann du? Heide, komm. Da, Seite, schlafen. Drücken. Seite. Komm, komm, ein bisschen am Rand. Gut. Ist gerade. Drehen deinen Körper nach hinten. Drehen, drehen. Andere Seite. Auf dem Rücken. Runter, runter, ein bisschen runter. Ein bisschen nach unten. Noch mal. Dann komm, ein bisschen, ein bisschen, fünf Zentimeter zurück. Gut. Meine Brüder, sie sind auf den Fußes sitzen. Wie heißt du noch mal? Mohammed. Mohammed, mashallah, Allahumma salli am hamd. Mohammed, geh nach, welche, wohin willst du fliegen? Ja, nach Kosovo. Geh nach Kosovo. Gibt es da viele Paprika da? Ja. Gibt es genug. Mohammed, die hat auch geprüft, Paprika bestimmt. Ich weiß, alles von Paprika kommt raus. Nein, der Mund ist zu, Mohammed. Mashallah, schöne Zähne. Locker lassen, locker lassen, Mohammed. Locker, locker, locker. Nein, nein, Mohammed. Ja, Allah! Mohammed. Alayhi wa sallam. Mohammed, beste Therapie hat gekriegt von Abu Sultan. In Schweiz. Zürich. Was in Berlin hier? By one team, na? One team, Kon-Tanami. One team, Kung Fu, one Gyu. Ask's more? By more. By more? Mm-hmm. One team. Look at the same. Look at the same. Look at the same. Look at, look at. Look at. Look at the same. Sikam Allah. Hast du Probleme da, da? Hefte da, da? Einzige Probleme. Schulter, sonst. Knie, Hefte, alles gut? Alles gut. Heide, komm. Gucken. Wenn du was hast, kann man alles machen. Kein Problem. Nein. Aufstehen, testen. Sakhi Allah. Ich möchte noch ein bisschen helfen. Noch was. Sess dich einmal, bitte. Ich möchte. Kenntest du M'Chashni, Hama? Leute, soll alles gut schreiben, ne? M'Chashni, Hama, kommt. Ich möchte noch ein bisschen helfen, ja? Bismillah. 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 Ja, Schach, ja Allah, ja Allah, ja Schach, Bismillah. Ja, Schach, ja Allah, ja Schach, ja Allah, ja Schach, ja Allah, ja Schach. Ja, Schach, ja Schach, ja Schach, ja Schach, ja Schach. Ja, wenn er sich versenden ist, alles. Ja, Mohammed, einmal hoch, einmal runter. Ja, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Runter, hoch, runter, hoch, mach weiter. Runter, hoch, runter, hoch. Runter, hoch. Mach weiter, mach weiter. Stopp. Jetzt einmal links, rechts, tamam? Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Stopp. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Zagin ya Şafiyet. Zagin ya Şafiyya Allah. Zagin darbat Abu Sultan. Zagin darbat Abu Sultan. Drg Ja, das ist schlimm, Herr Abou Sultan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Wenn du schmerzst, hast du immer da, 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 Massage machen. Weil die Zähne hier manchmal schlafen hier. Ja, ja. Taub. Klemt. Ja. Jetzt testen, deine Komplett-Test. Also. Kein Schmerz. Mashallah. Auf und hier. Bleib so. Ja, Leute, guck mal, ist mein Test jetzt, guck mal. Mashallah, wie Mel Jamek, wie Chorba. Mashallah. Und hier? Bruder, zwei Wochen, aufpassen, nicht was falsch machen, nicht was falsch tragen. Kein Training, kein gar nichts. Kein Training. Sowieso seit zwei Jahren. Ja, zwei Jahre und zwei Wochen. Zwei Wochen, ja, warte ich gern. Äh. Zoll mal für die Kosovare, für die... Au. Für die, äh. Für die Balkane, für diese Paprika-Leute. Zoll aber aufs Land, aufs Land kommen. Ja, munde nicht mehr halt. Ja, für die Momenten. Ja, im Keiten Drüsche. Mashallah. Bravane, ja. Dankeschön. Mohammed, der ist wieder zurück. Pass auf, Leute. Haben wir jetzt diese Vendome, äh, Kosovoare Vendome raus. Der war zwei Jahre, hat er Ruhe. Hatte alle Albanische Ruhe von ihm. Jetzt war raus, und war aufpassen. Und kein Magen. Mashallah. 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 Dankeschön. Mashallah. 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 Dankeschön. Alles klar, Bruder.